So liebe Freizeitpark Freaks, krank. Auf jeden Fall Upgrade. Warum stehst du hinter der Kamera? Weiß ich auch nicht. Der will wieder spielen. Also, ich kann euch das Ding wirklich nur ans Herz legen. Es macht richtig Spaß. Upgrade zu den Jahren davor. Schön enge Gänge, schöne geile Atmosphäre drin. Also nichts für schwache Nerven. Kickt richtig gut, finde ich. Besonders Darsteller 1A auf bezüglich, ich kenne dieses Zucken überhaupt nicht. Richtig, richtig gut. Auch schöne Kulisse. Und man weiß anfangs nicht, wo man hinlaufen soll. Man hat irgendwann wirklich die Orientierung, selbst ich, und ich habe das Ding sehr oft im Normalbetrieb gemacht, habe irgendwann wirklich die Orientierung verloren. Also richtig gut. Dickes Lob ans Toberland. Also ich bin echt gespannt, was in The Mine passieren wird. Also das ist ja richtig absurd. Ja, da habe ich auch ein bisschen, gerade ein bisschen Respekt vor The Mine, weil die haben ja extra dafür einen Berg aufgeschüttet. Kranke Scheiße. Klein, 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 klein. Ganz, ganz, ganz schön. Also dementsprechend kommt ins Toberland, nehmt die Tage noch mit, die ihr noch mitnehmen könnt, wenn es den 4Pass noch gibt, obwohl der 4Pass die Schlange ist. Ja, den 4Pass, den gibt es noch, nur hat der unser Tag nicht ausverkauft. Ja, aber ich weiß ja nicht, wie das dann, wenn die Leute das sehen, dann der Fall ist. Aber der 4Pass, die Schlange ist halt extrem lang und durch einfach ein Normalticket mit Timestop. Das muss man auch sagen, gefühlt steht es halt gerade hier. Ja. Man weiß, wie es bei den anderen Messen aussieht, aber total gefühlt alles hier. Alles hier. Aber wie gesagt, das Ding, also Fiasko, mega. Also geil thematisiert, schön, macht Spaß. Kickt auf jeden Fall und besonders nach wenig Schlaf ist natürlich die Wahrnehmung noch ganz, ganz anders. Besonders intensiv. Ja, normalerweise würde ich da durchgehen, always so kommt, aber nach gefühlten 4-5 Stunden Schlaf. Als ich mein nächstes Mal, wenn ich's mach, mach mal den hier. Nee, nee. Da fühl dich wieder durch. Nee, das macht ja keinen Spaß, dann sehe ich ja nicht das schöne Theming. Ich will ja auch das Theming sehen. Ich finde das ja schön, wenn man nicht so durchgejagt wird, wie in anderen Parks. Ja, oder. Ja, wo man so, hier hat man wirklich, man kann stehen bleiben, ne, die Darfspieler, die sind noch ein bisschen fliegt. Für einen da, die sind noch ein bisschen in ihrer Rolle. Dank an Stoverland. Mega. Definitiv. Wir sind vertreten auf Facebook, Instagram und YouTube, TikTok, Spotify. Hey. Twix.